Ich sag gleich was Affe. Du bist ne Affe. Wow. Er ist ein Hamster. Du bist ein Mammut. Und wer gewinnt gerade? Oh Pikachu. Pikachu, da wollen wir doch mal hier nen Diglett nehmen. Einen Diglett? Es hat keiner gewinnt, bevor er stößt die Arena ein. Einen Diglett? Bevor ein Sieger feststeht, stößt die Arena ein. Ich glaub Mammut und ich will uns trotzdem hier noch weiter bekämpfen. Nein, Diglett ist tot. Nicht wenn ein Stein auf dein, beziehungsweise auf Mammuts Kopf fällt. Dann ist der nicht tot. Dann machen wir's halt dies. Nein, Tauchus. Sind jetzt beide Pokémon im Eimer? Alter, was macht ihr da oben? Ne, meins ist noch da. Das sah grad so aus für mich, das hab ich gefragt. Mammut. Und ich X-Länder. Oh Jatz. Die werden alle sterben. Oh, wow. 1336 EP hast du mir grade gegeben. Ja, ne? Soll ja auch sich losen. Dann musst du in den Keller. Wenn du rüsten kannst, dann musst du in den Keller. Jetzt mach ich dein Pikachu noch fertig. Nein, du musst mich in Koro verstecken. Nein, Koro! Und dann muss er noch gegen zwei Pokémon kämpfen. Ganz egal, ich hab ja noch ein paar Pokémon auf Koro. Ja, ich weiß nicht, wo er hin soll. Gestüttt mitten aufm Fecht so. Du hast nicht Koro! Oh, er tettet mich! So? Keine PvP-Regel verletzt! Wir können jetzt nicht, Mammut und ich. Wir sind am Kämpfen. Wir können jetzt leider nicht eingreifen. Wir können jetzt Koro. Äh, Pikachu. Sehen wir's Sandshrew. Du bist auch so'n Affe. Dummer Monkey, ey! Ah, ein Zubart. Du bist sehr schnell. Ist das Zubart angeschlagen? Ja! Ja! Ich kann ja nachgucken, wie viel... Okay, sein Sandana hat nur noch drei KP, jetzt ist es tot. Und sein Zubart hat noch fünf KP. Zubart ist tot. Ist das dein letztes Mammut? Nö. Dein Manschlachs hat 78 KP und... Da kackt denn da Steine! Mammut ist zuweide von oben. Steine von oben. Jetzt ist Zubart kaputt. Sand auf Pikachu. Dein Pikachu hat noch... Mammut, geh mal aus deinem Pikachu raus! Nein, Mann. Ich will jetzt nicht. Äh, Pikachu hat noch fünf KP. Ich will noch ein bisschen punkten. Und Manschlachs hat noch... Ich hab doch einen. Heißt, Pikachu ist paralysiert und ist tot, oder? Pikachu ist tot, ne? Ja. Und... Dann auch... Fluffy. Fluffy hat 16... Da kommen Blöcke von oben runtergefallen. Es regnet Blöcke. Es regnet Blöcke. Martin! Es regnet Blöcke. Ach, Monty ist oben! Und ich isso... Ja, es regnet garne Blöcke mit das Loch. Lock kriegen. Ich dachte, dass wir es stehen doch. Das ist dein letztes, ne? Ja. Es gab alles! Ja, mach doch! Das war ich nicht! Hehe, haha! m m m m m das ist ein L ja hast gute Chancen ja die Chancen stehen gut aber ja mach doch doch mit dem ist nichts mach Attack mach Attack das ist ja Racerleaf dann passt das schon ja weißt du noch wo wir den Bug hatten ja eine Explosion ja eine Explosion war sowieso besser hey du hast gewonnen hey hey Gott sei Dank ich kann in meine Ecke gehen hey wie sie alle hier da oben auf der Bank sitzen und den hier machen hey 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 weil man in die Luft nicht klatschen kann machen wir jetzt alle immer den hier oder was hey 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 Hou hey hey oh yes we are hey oh my god oh my god oh mein Gott ist aber überhaupt gegen Monty gewonnen 해요 habt ihr auch vorher으�ien Erfolg dafür bekommen dass ihr gewonnen habt je die ULTIMATE WICKEN Legendary Oh, Shiny, catch your first Shiny Hey! Hab ich schon, hab ich dir 15 Mal Catch your first Pixelmon, aha Habt ihr's bald, wir haben nicht mehr lange? Ja, ich weiß Wir haben nur noch Wer, wer kämpft denn jetzt? Keine Ahnung Du und, äh, Torchman Okay Das ist jetzt das Finale, oder? Finale Finale? Wir beide im Finale? Ja Nö, ich hab auch fast gewonnen jetzt Wir beide sind im Finale? Ja Oh Gott Wirklich? Ja, ihr seid im Finale Ja, ihr seid im Finale Also, also so ganz final und so? Ja So finales Finale Hallo, ich bin auch noch da Was denn? Du hast doch verloren Nein Doch Gegen Karo Hallo so, gegen Torchman Okay Doch Kuro ist der Endgegner hier Genau Das heißt, wir sind im Halbfinale, nicht im Finale 10 Minuten Zeit, auf den Kampf zu machen Ich möchte einen Fernkampf sehen Und los Dein Kampf gebe ich dir But at first, take a team team Oh, check! Das war gar nicht so geplant! Nein! Nein! Das war gar nicht so geplant! Das war gar nicht so geplant! Das war gar nicht so geplant! Ich bin weg! Oh Mann, jetzt muss ich mal machen! Jetzt muss ich mal machen! Ich bin weg! Was von der Zeit gerade draußen hat! Ruf die Polizei! Oh Mann, ey! Spreng mal wieder alles in die Luft, Ruh! Dir darf man echt nichts in die Hand geben! Was? Es war nicht so geplant, Junge! Ja, 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 ja! Ganz... Wie viel Damage machst du mir? Ich hab keine Angst mehr Garados, oder? Ich muss eine neue Attacke lernen hier Ich hab nicht dran gedacht, dass ein TNT auf einer aktiven Redstone-Lampe in die Luft springt! Was voll ist denn die TNT? Wie lange spielst du Minecraft? Gerade eben erst? Ja! Alter, was soll denn jetzt der Scheiß? Pull sie sein TNT ab! Pull sie sein TNT ab! Ach cool, du hast ja dann bei deinem Garados da oben auch noch einen Stern für den Shiny stehen Leute! Mammut, wo bist du denn jetzt gespawnt? Ich find das nicht okay, dass ihr dann PvP macht! Nee, find ich nicht okay! Der Sten hat dich getötet! Der Sten hat dich getötet! Ich find nicht okay, dass du ein TNT in die Luft jagen lässt und so... Es war ja nicht geplant, dass es in die Luft fliegt! Da ist doch nur so ein kleines, vielleicht? Würde ich jetzt auch sagen! Ist nicht so schlecht! Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo! Äh, Koro, brauchst du noch Pflaster? Steine? Oh man! Mach das wieder original nach! Yes! TNT ist wieder meins! Nein! Ja! Nein! Ja! Nein! Doch! Verschwinde! War das jetzt meins? Oder wessen Handy war das? Oder wessen Handy war das? Jetzt tu einfach die Attack aus, wenn du machst! Ich bin am größeren Hebel! Ich bin am größeren Hebel! Verdammt! Verdammt! Na, mit der Massen müssen ja noch viel Blödsinn ziehen! Okay, das war's! Denkt über, ja, können wir es uns auch immer! Oh nein! Oh nein! Ich bin am größeren Hebel! Ich bin am größeren Hebel! Ich bin am größeren Hebel! Ich bin auf einen Hebel! Ich bin am größeren Hebel! Geht es was, noch genug Zähling? Was ist da los, Jungs? Was ist da los hier? Komm schon! oder das ist das Battle jetzt halt ganz vergessen ich habe jetzt vollkommen mein letztes Pokémon weil sein Gerardos, weißt du, der ist mal eben Level 24 und wenn es die alle weg dann darfst du jetzt gar nicht mehr benutzen oh ja darfst du jetzt eigentlich gar nicht mehr benutzen, im Final-Kampf doch, wenn es im Kampf also während dem Turnier aufsteigt ist es ok die Regel müssen wir noch mal überarbeiten ja, dann darfst du dir am besten ja, was willst du denn dann machen äh, Level 20, Level 30 gegen seinen Gerardos hast du nämlich keine Chance es ist einfach Overpower, das ist jetzt Level 25 oder so ja, aber willst du dann einfach für jedes Battle dein neues Level 20er-Tip zusammenstellen oder was? ja, bin ja auch noch da ne? ich krieg ja um Kuro, hau den jetzt raus hau den raus, hau den weg töte ihn oh, ich kann endlich weiter trainieren noch mal, noch mal los zu kämpfen aber wieso ist Kuro denn noch über? ja, äh, wie viele Türen habe ich auf einmal im Inventar was habt ihr für Langeweile? ähm, Moment ich hatte nur einen Langeweile Kuro, gegen wen hast du gekämpft? er hat auch nur einen ich habe gegen Palu gekämpft einmal und das war's ja, du hast verloren nein ja, warum hat Palu dann gekämpft? hä? ja, wir haben alles durcheinander gebrochen ich kämpf jetzt noch mal gegen den Ziel, wir hier was jetzt ja, wir gehen, wir gehen, wir gehen also, wir gehen, wir gehen oh man, ich hab gedacht, ich krieg jetzt mein Schlesort ich hab mich schon so darauf freuen hey, nein, du musst erst noch kämpfen dafür okay, hey, mach mal bei Jungs, wir haben den Ziel weg du fängst, du fängst an okay, das hmm, Tacking habe ich eigentlich gar nicht so effektiv ist, oder doch? nein, Spaß äh, weg okay äh, ey, wer hat denn so viele Türen gemacht, wer hat denn so Bock gehabt? Monty 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 war natürlich aus den Haustüren hallo, wie viele Türen hast du? siehst du ja unten ja, ja, ca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 weggenutzt weggenutzt, ja und Slender, ich will mein TNT wiederhaben achso was hast du denn? ohhhh Wölftüren hatte ich im Inventar das muss ich sagen, ich hab im Fall gewonnen und das mit einem Pokémon Slender, mein TNT Wölftüren hatte ich jetzt im Inventar von Monty – Weißt du, jetzt kommt ein overpoweredes Pil-�we Eh, wieso ist dein Pirl-ine auf Level 25 Ja, weil ich auch gegen Palor gewonnen habe und das mit einem Pokémon wööööhö Wöööööööööööööööööö. oh dein Pöpl-ine ist tot das ist meins das ist recht mäßig meins also dass das muss ich jetzt aber mal verneinen ich bin ein level im nachteil noch jetzt fängst du auch noch mit dem scheiß pvp an hier aus bleibt da wo du bist bleibt dann soll er mir das tnt geben es ist meins das klären wir gleich die wir das tnt ok also koro danke bis es ist das für ein deutschland da kann man nicht einfach zu gucken hat drachenboot das ganze das ist jetzt einfach nur die ganze drachenboot ein nein ich war aber auch draußen bleibt zum beispiel du gibst mir jetzt das tnt ok nicht was ist das für ein fisch ein fisch ich kenne das nicht ihr seid doch alle scheiße ich habe ich halte drachenboot ich geh nach oben nein geh da nach oben ah hier sind die türen verdammt hallo 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 nein oh gut ich hab gerade wieder auf abgeschissen genau mit dem drachenboot drachenboot alles sei das war drachen schweif drachen schweif alles tun sie sind keine ahnung aber ich will mein gnt wieder haben wir wollen kein pokémon von mir ist tot wer hat gewonnen ich bin der alte cheater trottisch übrigens zu anfang des konzertkampfes konnte ich noch keine drachenboot habe ich erst durch palo wird er hat dort schmerzt worden glückwunsch warte ich werde ich werde gerade weg hilf mir das ist die stadt büttes länder glückwunsch tortschmann dankeschön hier sind jeweils für die kacke sag ich ja die ganze zeit ich bin hier ich hab wahre für dich ey guck nicht so ey guckst du guckst du oder was geh weg geh weg geh weg alter es werden unschuldige hier in mitleidenschaft gezogen das geht so nicht ach verdammt ich habe keine rechte dafür ich habe ein foto gemacht ich habe ein foto gemacht er schriftt aus facebook wow das ist echt geil die kühlenfalle funktioniert ja mal gut ich hab übrigens gehört wir machen gerade eine aufnahe pause weil wir haben jetzt 2 stunden voll und wir sehen uns dann in der nächsten folge von pixelmon reloaded dann aber nicht nicht mehr ganz so voll ja die orden kriegst du dann im laufe der woche ORDEN also nicht du monty und tortschmann kriegen einen orden ne also dann sehen wir uns dann in der nächsten folge während die sich da weiter ihre telefonkabine bauen oder sowas ich hab keine ahnung und bis dahin tschüss komm her raus tschüss komm her raus wir sehen uns ja wir sehen uns ja